Hey Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge Rocket League Duos. Heute haue ich wieder miese Eigentore. Schaffen wir bald 1500 Abos? Was denkt ihr? Wenn euch das Video gefällt, denkt bitte an eine Bewertung und abonniert den Kanal. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Rocket League. Und wir gucken mal, ob unser Error oder Bock hat, mit mir eine Runde zu gewinnen. Oh, das war ein komisches Kick-Off von mir, aber ich hatte den besseren Touch. Oh, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Mann. Bin ich wirklich einmal in der Lage wäre, Powerslide zu drücken? Ja, krass. Okay, keine Ahnung, wie das jetzt ein Open-Net geworden ist, aber... Wir nehmen es mit, I guess. Digga, die Kraft des Missens. Die Kraft des, äh... Der T1-Lobby hat wieder zugeschlagen. Ein Junge, ey, wirklich, wer mich komplett geblockt hat. So, warum sollte man da unbedingt nochmal reinspringen? Es ist doch alles entspannt, Junge. Ah, schade. Also habe ich ihn immerhin dazu gezwungen, reinzugehen. Nice. Fast selbst noch geschafft, mit dem Ball nach hinten, aber... Leider keine Demo mitgenommen, dann sähe es noch ein bisschen cooler aus. Egool. Nice. Oh. Bro, weißt du wirklich... Wie kann man so nervig sein, Mann? Aber nice. Hat ja dann doch noch ganz gut funktioniert. Aber es ist irgendwie nicht so meine Runde, ne? Mein Mate macht ja alles gerade. Der Arme. Okay. Okay. wieder zu früh gesprungen für das gute setup auch junge guckt ihr das an wie sehr er mich hast was ist denn mit ihm? leider hatten wir die Apfakaritis ach ja komm ey also wirklich so lucky sein das ist auch erstmal schwierig er haut es voll in die wand rein und natürlich fliegt er perfekt auf mein Dach jo naja im ende konnte ich mich gleich mal ein bisschen rächen aber der boost ist so lecker ich check den einen nicht der mit 100er boost in den boost fahren wollte naja der der hebt ab nichts hält mich am boden oh fuck da hat die amplitude gefehlt scheiße ach man warum setzen die denn auch immer so Pässe die man einfach nicht reinmachen kann aber die immer so lecker aussehen wo man sich dann baiten lässt noch ein bisschen punkte für mich damit ich das auch hochladen kann okay ganz weirdes game leute eigentorfer wieder dabei das heißt wir sehen uns in game 2 jo leute was geht ab herzlich willkommen zurück zu runde 2 nicht zum husten so gucken wir mal ich bin wir müssen jetzt mal hier richtig ein win holen scheiß kick auf schlechter start von mir danke dass er den gelassen hat scheiße leider habe ich mir zu weit nach vorne gelegt weil ich jetzt nicht wusste ob er ihn mir lässt beziehungsweise weil ich eine schlechte annahme gemacht habe aber egal kriegen wir schon hin oh scheiße habe ich mich leider ein bisschen ins torka salat ähm ok schwierig da Gott sei dank hat er keinen allzu tollen flip hey sollte man mate haben vielleicht nice sehr wichtig schön secured war krass dass trotzdem sein tor war naja egal naja egal mir ist das egal Hauptsache wir haben uns tor secured sehr schön gemacht von ihm ok unlucky dass wir da beide gleichzeitig drauf gesprungen sind leider ist er noch da ich finde die dämonen nicht naja Mist das ist relativ gut für die weil es mein mate wahrscheinlich baiten wird und ich krieg den leider nicht gut genug rüber schade der fast geklappt ihm lassen wir da mal den boost gleich kriegt er den sehr schön hey der mate hat es super vom stellungsspiel her er hat gesehen dass ich ihm den boost lasse wäre wahrscheinlich besser gewesen halt da auf den rebound zu gehen ist ein bisschen safer hat er gut gemacht so ist es doch relativ safe oh entschuldigung da konnte ich noch rein aber der wird nicht gut ankommen ne schade ok da muss ich dann mal rauf und ihn mir hinlegen wird der wahrscheinlich nicht rangehen ah war nicht der beste der hätte ein bisschen stärker sein müssen für einen guten rebound aber der ist doch super nice schönes passplay kommt alles gut an dann konnte ich echt wunderbar annehmen hat er echt ordentlich gemacht läuft doch bis jetzt ganz super die runde oh Jens Junge jetzt haben sie glaube ich gefakt oder das war der hintere der drauf gegangen ist leider ein bisschen kritisch der 50 für uns aber da bin ich ja da und kann securen nice oh jetzt habe ich meine hand am tisch angeschlagen ich weiß nicht ob man das gehört hat ja hätte ich dann eine coolere recovery gehabt hätte es gut ausgesehen na egal eine coole karre ich habe so einen ähnlichen tatsächlich ja auch einen pinken octane er hat einen pinken fennec ich versuche auf dem bank zu gehen er hat nicht geklappt war aber glaube ich an sich die richtige entscheidung auch wenn er es ihn wahrscheinlich ein wenig verwirrt hat oh das konnte ich jetzt nicht sehen dass er rüber lenkt auf einmal oh jetzt habe ich auch noch auf mich verflippt jetzt sieht es gar nicht mehr so gut aus sorry mate insane gehalten mit null boost vielleicht kann ich es ihm hinlegen ne Gegner hat gut aufgepasst schade will er wahrscheinlich nehmen hätte ich wahrscheinlich besser gehabt vom Winkel her ich habe wieder deadzone ja das geht auf mich sorry my b aber wir haben ja noch ein paar punkte vorsprung aber tut mir echt leid das war fail von mir er hätte es zwar auch besser treffen können aber er dachte ja ich treffe 100% mein Fehler aber egal wie gesagt Leute ich bin ein bisschen krank weiß nicht ob ich es gesagt habe und deswegen wird es gameplay technisch und comment ähm comment technisch wahrscheinlich ein bisschen nicht so gut sein wie sonst hey wie hat er touch oh nice ok habe ich meinen Fehler doch schon wieder gut gemacht ja das war aber auch ein wilder touch von ihm I don't know hmm nicht den optimalsten touch ich dachte erst dass mein mate direkt da ist ach schade nicht weit genug rüber gebracht sorry schlechter pass oh den werde ich nicht kriegen nicht mit dem boost den ich habe dann gehe ich ganz defensiv hmmm war aber gar nicht nötig hat er gut gehabt oh da weiß ich nicht ob ich da dran komme aber da komme ich dran ein bisschen langsam von mir aber sollte eigentlich safe sein 50 ist ganz gut schade really safe hat funktioniert oh das ist nicht so toll oh das hat er mich echt unlucky erwischt ich habe ihn noch hoch gedrückt das hat es ganz schön gesaved nice genau das was ich vor hatte oh schade schöner pinch aber leider zu wenig follow up von mir da lassen den boost natürlich scheiße oh das ist schlecht oh ich bin da ich nehme mal relativ defensiv nice schöne kurze runde paar fehler gemacht aber trotz meinem handicap eigentlich ganz ordentlich wenn es euch gefallen hat lasst bitte ein like und ein abo da wir sehen uns beim nächsten mal bis zum nächsten mal